So, ein herzliches Willkommen meine Lieben. Eine neue Folge Stardew Valley. So, wir haben uns den Kieskern noch aufhören. Ich habe den Löschen schon 2 Minuten verpennt. Ich habe schon mal kurz eben geerntet. Ich habe ihn vergessen aufzunehmen. Dann will ich nach einem Eimer gießen. Gleich schlafen ja. So, als wenn es euch auffällt, dass hier was fehlt. Ja, was sind die Kordeldos, die fehlen? Dann haben wir 400 Minuten bekommen. Das hier Multifahrer ist ja wahrscheinlich nicht. Ich habe diesen Kordeldos, aber ich habe hier Pause. Ich habe diesen Kordeldos, ein bisschen hochgelegt. Es gibt ein Kostadern. Oh, Moment nicht. Wir wollen es jetzt einfach mal geteցne. Oh, ich habe jetzt alleavashrungen. Warte mal, sobald wir haben, wir die Kosten noch haben. Komm mal, Energie. Ich hoffe, später haben wir Energie. Okay, ich sage, noch ein bisschen was tun hier und gleich hier, vielleicht kaputt. Hier, hoch auf, Seite. Morgen ist das Eierfestival im Town. In der Stadt. Zwischen 9 Uhr morgens und 2 Uhr. Hier haben wir das Kips. Ja, hier und. Die Eierjagt? Na, braucht es mal zwei. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Aha, eine Kirche. Aha, Robin. Müssen wir mal gucken. Der hat dem ja einiges schon gesammelt. Hier ein Holz. Na, Holzsteine. So, jetzt ist das Eierfestival. Lassen wir mal in die Stadt gucken. Oha. Schau. So, Robbery Seats. Zwei Stunden immer mit. Nämlich viel Geld. Boah, jetzt kann ich mit vielen Leuten quatschen. Ah ja. Ich weiß auch nicht, wen wir kennen. Ich quatsch da nochmal alle an. Ich darf dann eben auch mal in der Deckmatch hier. Oh mein, wie ist ein Kiffel. Geiler Typ. Einfach in die Mitte schreiben. Ja, Eierabend. Lass uns starten. Es ist Zeit für das Highlight. Eierabend. Eierabend. Ja, richtig. Genau. Ist das neu? Ich hab eins, ich hab eins! Das ist noch eins. Oh, hab ich gewonnen? Verloren? Verloren? Bitte gewonnen, bitte gewonnen! Bitte gewonnen! Oh, hab ich gewonnen? Oh, heiss Ne,bist du gewonnen? Oh, heiss phst Musische der Org W leng So, wir sind aber voll kaputt hier, wie es aussieht. Was ist hier? Es ist voll dunkel. Wir müssen mal gucken, ob wir immer Lämpchen haben. Halb zwölf, nachzunehmen, ich hab die Bäume. Ach, können wir gar nicht aufsammeln. So, erstmal das wegbringen. Also, wir können uns zu sieben hier, uns zu Samen hier. Ähm, da einmal, und da. Wir müssen gleich einmal schießen. Gut, jetzt soll ich schlafen gehen, oder? Halt auch schlafen. Was macht's noch los hier? Nein, wir wollen nicht fernsehen. Wollen wir nicht. Schlafen, zur Zeit. Schlafen, schlafen. Tada! Und wie gerade wissen, erstmal kieseln wir die... ...was auch immer. ...was auch immer. So, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann gehen wir noch mal hin und suchen mal die Angst. Oh! Aha. Naja. Ihr seid aufgeflogen. Oh, da ist was eingeschlossen? Uh. Uh. Ja, wir gehen da hin, wir fürchten uns ja nicht. Dan-da-da-dan. Ah. It's terrifying. Hm, so suchen wir mal die Axt. Hm. Hm. So, irgendwie hat sie doch Holz geschlagen. Na, hier nicht. Bestimmt hier westlich, da Richtung Magical Wild hier. Richtung... ...unser Mega-Vizard hier. Zum Gandalf der Grauen hier. Ja. Jetzt haben wir wieder heimen, was können wir. Genau. Wo ist das? Wo ist das? ... ... ... ... ... ... ... GOOD GUY!!! ... Ich muss es einfach so mitnehmen. Da gehen wir natürlich gerne mit, ne? Wo ist denn die Achse jetzt hier? Da! Tada! Abzurabbeln! Können wir machen was anderes mit Timmy? Nervögerang. Wir sind nur raus zum Vorraubenboden. Der Vorraubenboden. Wir sind auch Raufabbeln. Ja, warte mal wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was gibt es hier denn? Catfish Hab ich noch nicht gesehen Das zum Willen lieber erstmal Ja, ja, ja Hi Ich hab doch jetzt die Angst Ja, jetzt Wo sind die Moneten? Da Ja, jetzt will ich aber Nicht auswärts gehen Nicht mehr rein Boah Wieder rein Hier, komm Jetzt Upgrade House Boah 10 Mille Das heißt, wir müssen fleißig arbeiten Oh, was ist das hier? Rechte mitnehmen Schau mal Wollen wir nochmal hier zu unserem Gucken, ob wir hier jetzt die Dings fangen Ah, das muss ich da rein tun? Dann bleibt das auch da dran Cool Das heißt, wir müssen jetzt gucken Winter Ach, je nach Jahreszeit müssen wir Verschiedene Sachen Finden Gucken, Holz müssen wir Ah, das sind so quasi Updates oder sowas Hier kriegen wir bestimmt Sachen dafür Okay Okay, okay, okay Jetzt verstehe ich So, und das soll es dann auch diesmal wieder mit dieser Folge gewesen sein Oder war noch zurücklaufen? Nee, das wird es diesmal gewesen sein Ich starte gleich hier weiter Ach ja So, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da Lasst ein Abo da Schreibt es in die Kommentare, was euch gefallen hat Wir sehen uns in der nächsten Folge Ciao, ciao